Ja, diese Seite zeige ich Ihnen meistens nicht so oft, die Seite der Mars. Hier sehen wir einige kleine Ausflugsboote und hier das sogenannte Botel Maastricht. Das ist ein Hotel, also ein Botel, also übernachten auf dem Boot. Und der Krach, den Sie gerade hören, ist ein Skateboardfahrer, der gerade vorbeikam. Und diese Wohnungen da, dieses Rot-Graue, was Sie da sehen, das sind Apartments, die gehören zu den teuersten Apartments in Maastricht. Bis zu einer Million, direkt an der Mars. Ja, auch mal die andere Seite gezeigt, die ich sonst nicht so viel zeige, weil da einfach weniger zu sehen ist.